Du schaltest hier einen nach dem anderen aus. Ja, und du schaust zu. Ja, du machst das so gut. Oh, oh, hier sind zwei, hier sind zwei, da brauchen wir beide. Ah, mich macht die Tür auf und du springst drüber. Alter, das ist dein Ernst. Na doch, klar, denke ich. Das wäre, sieht's sinnvoll aus. Du musst dich da drüber hüpfen, ey. Ja, ich musste ja erst die Tür aufmachen. Ja, schon klar, aber trotzdem. Boah, da hab ich ja mal gar keinen Bock drauf. Mit beiden E ging's. Wem los. Was? Hast du nicht getrickt? Nein. Lass dich doch nicht einfach fallen. Damit du die Rundeszenen nochmal machen musst. Ist das dein fucking Ernst? Ich baue mal mit der bloßen Hand hier mal einen Holzbaum. Geronimo, wieso kann ich nicht da runterhüpfen? Du brauchst ein Boot, da können wir dann runterrudern, dann kriegt man keinen Fallschaden. Ah, ich hab no fall perk. Hey, ich kann nicht ins Wasser. Schweinerei. Hier geht es andersrum. Ja genau, in die Rundeszen. Ja, aber ich wollte gern die Wasserfall runter. Oh. Okay, das ging schnell. Ich hab einen Schritt reingemacht ins Wasser und meine Hosenbeine waren bis zu den Knien nass. Oh ja. Ja gut, auf der Flucht ist halt kein Zuckerschlecken, ne? Oh. Wenn du schnell rennst, werden sie auch schnell wieder trocken. Siehst du? Ja, das stimmt. Yeah. Zum Glück sehe ich mich in Wirklichkeit nicht immer so von hinten beim Laufen. Oh mein Gott. Das wäre furchtbar. Es reicht schon immer, wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich mich so beim Laufen sehe, reicht das schon. Ja, wenn ich sehe, wie der Bauch nach links und rechts wackelt. Warum sind Sie nicht einfach drüber gehüpft? Ein Camp, ein Camp ist gut, ein Camp halt essen. Für mich sieht das nicht leer aus, das Lagerfeuer brennt noch. Na, da sind nur noch Reste, die Qualmacht. Oh, guck mal Fische! Fische! Oh, wir müssen sogar Fische fangen. Sieht sehr schön aus. So, so können wir auffüllen, aber wie fangen wir denn jetzt ein? Wir müssen die Ecke treiben. Pass auf, ich treibe hier rum und du auf der anderen Seite. Keine Ahnung, was das nutzt, aber wir machen mal. Ich weiß nicht, ob wir die schon so fangen können. Wir brauchen Reuse oder irgend so was. Ne, der läuft als müsste ich, also ich laufe als müsste ich heute dringend auf Toilette. Ich glaube nicht, dass das verlassen ist, da ist sogar noch ein Messer. Ja, und ich puste gerade das Feuer wieder an. Ah, wir brauchen mehr Holz. Bist du dir sicher? Vielleicht seid es doch noch mal blasen. Ja, ja, ich habe es erst beim dritten Mal hingehört, es tut mir leid. Ich habe einen Speer. Ja, dann kannst du jetzt Fische jagen. Du hast einen Stock in der Hand. Wo habe ich einen Stock? Ich habe gar nichts in der Hand. Nein, ich, der, mein Typ, weil der sagt, er braucht mehr Holz fürs Feuer. Ja, du hast einen Speer, den braucht er doch zum Fische jagen. Ja, aber den kann er doch auch. Dann hast du aber keinen Speer mehr. Zweige, ich habe Zweige fürs Feuer. Ich habe meinen Fisch. Ja, prima, ich mache Feuer, du machst den Fisch, alles ist gut. Jeweils einen Fisch fangen heißt halt, musst du leider auch noch einen fangen. Jeweils. Ja, oben. Toll, aber Feuer mache ich für alle, oder was? Sag mal, kannst du mal aufhören zu pusten, bis ich das Zeug dahin gelegt habe? Ich brauche etwas mehr Holz für das Feuer. Das sollte genug Holz sein. Nee, du, der den Fisch fangen und ich mache das Feuer. Ich brauche erstmal einen Stock. Hier, Speerschnitzen. Gut, dass da passende Stöcke schon bereit liegen. Hm, nur ein bisschen mehr. Also, ganz ehrlich, ist ein primitives Leben, aber besser als im Knast. Dann, wenn ein Fisch vor dir ist, einfach zustechen. Am besten, ich bin von der Insel aus dann einfach schnell ins Wasser, als die rumgeschwommen sind. Verdammt. Ich sehe sie gar nicht, ich haue einfach los. Ich werde schon einen erwischen. Warte, ich bleibe einfach hier stehen, bis sich die Fische an mich gewöhnt haben. Dann kommen sie näher. Dann steche ich... steche ich zu. Da kommen sie wieder. Aha! Sehr schön. Hast du mal in echt versucht, einen Fisch im Speer zu fangen? Hm, nein. Ja, als Kind habe ich es ein paar Mal versucht. Das ist überaus schwierig. Und mir nicht gelungen. Ah, jetzt ist ja ganz schön ramontisch hier, ne? Ramontisch. Ganz schön ramontisch. Hey, wir haben Plätze getauscht. Öh? Ja. 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 Ich habe mich eh schon gewundert, warum wir so gut chillt da sitzen. Wir befinden uns jetzt. Wir müssen gehen. Ah, meine verdammte Fische. Ja. Schau es einfach. Schau es nicht. Ich habe es, okay? Ich finde es interessant, dass mein Kind Alex mit meinem Sohn übersetzt wurde. Mhm. Stimmt. Könnte ja genauso gut sie Alex sein, ne? Weil es ja nur Kind ist, ne? Ja, ja. Oder wissen wir das schon, dass er einen Sohn hat? Ich bin mir nicht sicher. Hm. So, du arbeitest in einer Bank, hm? Fingern. Was betrifft du? Okay. Well, how should I put it? You're kind of uptight. I'd rather be uptight than a loose cannon. Thanks for the compliment. You're welcome. Wo bin ich? Wo bin ich? What? You're actually the first guy working in a bank, but I talked to without a gun in my hand. Would you look at that? You're making progress, Leo. Oh, Zivilisation. Vincent. Hast du das Haus gesehen? Lümrand. Lümrand. Ey, hier gibt's doch vielleicht einen fahrbaren Untersatz oder so. Ja, da drin steht irgendwas. Hm. Vincent, helf mich hier raus. Natürlich, das kann keiner von uns allein abreißen. Nee, nie. Weißt du doch. Oh, Lokalnachrichten-Gefängsausbruch ist gut. Hups. Wer war das denn? Hm. Die Lady ist bewaffnet. Mit Betsy. Kann es sein, dass alle amerikanischen Waffen Betsy heißen? Are you crazy? It's a whole couple. We can't do that. I don't mean it like that, man. I mean, we tied them up or something. We really need to change clothes. We can't walk around like this. I don't like it. It's better to get them out of the house. Would you have in mind? See that barn over there? Yeah. We released the horses. We released the horses. How is that going to help? Trust me. They'll be forced to go get them back. I don't know. The plan is good. I'm also for Pferde freilassen. I don't know what more action brings. Okay. Yeah, yeah. Oh, I've got one more. What have I done? Moment. Moment. Ah. Also hier im Spiel hast du bei mir nichts getan. Ja, ich habe das ganze Spiel verschoben. Und zwar halb aus meinem Bildschirm raus. Oh. So. Jetzt ist alles wieder gut. Okay. Ich kann nur gerade irgendwie, kann ich nicht links oder rechts wählen. Warum? Ah, doch jetzt. Nee, das bist du. Nee, das bin ich. W-A-S-D, ne? Ah, doch. Ja, natürlich. Ja, also. Ich glaube, Karl überwältigen geht schief, aber wir versuchen es. Ja, die tun mir auch ein bisschen leid, aber... Okay, dann. Ich glaube, das klappt auch nicht. Ich glaube, wir landen gleich beim letzten Speicherpunkt. Ja, wir gehen. Komm. Und meinst du, wir können da falsche Entscheidungen treffen? Ich glaube, du kriegst gleich Betsy in den Kopf. Hey, bleib hoch. Hey, durch das wollte ich. Das ist mein Problem, weil... Ah, halt. Ist ja gar nicht mein Problem. Oh, der hat schon Betsy in der Hand, du. Holen wir mal lieber neue Klamotten oben erst mal. Das ist ein guter Plan. Ich kann was zu Boden werfen. Na toll. Warum? Warum? Warum hast du das getan? Nur weil man etwas machen kann, muss man es nicht machen. Ich dachte, es lenkt sie ab und sie schauen nach, anstatt... Ich kann keine Klamotten nehmen. Ja gut, dann müssen wir das... Ja, super! Du kleidest auch noch aus dem Fenster, oder was? Ja. Ja, 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 ja. Ja, äh, äh, äh. Und ich gucke jetzt in die Röhre, oder was? Hier ist aber kein offenes Fenster. Wo bist denn du raus? Aus dem Bad, oder? Ja. Alter! Oh, du überrumpelst ihn. Hey! Oh, ich hab vergessen, dass es per Linksklick geht. Ich hab mit E versucht. Darf ich dich darauf aufmerksam machen, dass ich eben sagte, du kriegst Betsy in den Kopf? Ich hab mich getäuscht. Du hast Betsy in die Brust gekriegt. Sorry. 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 Okay, der, der, der Überrumpelungsplan ist nicht ganz schlecht. Ja, ich hab halt nur fehlgeklickt, nur mit Linksklick anstatt, mit E anstatt Linksklick. Oh clothesug. Was ist das? Oh 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 oh. Hältst du nicht warten können bis ich da bin? Sorry. ach so ja gut dann hätte ich auch unten bleiben können und erledigen aber immer weg damit ich auch aus kann und jetzt links na guck mal wir tun ihnen ja gar nichts mit noten sie nur ein das mache ich auch immer die leute als verdammte kriminelle beschäftigt oh ja das ist toll der schrank ist genauso gut dass man die tür gar nicht mehr erkennt dass sie da ist die armen der wird selber raus holen keiner guck mal nancy und jimmy wohnen mittlerweile schon weit weg bei denen klappt nichts mehr ich zieh mich hinter verschlossener tür das ist die erste und letzte mal dass ich diesen typen hat eigentlich sieht dein charakter mir ja ähnlicher als dir das kann vielleicht sein wo hast du dich angezogen ja bei mir steht er gut ich bin überall im spielen wo man spielen kann und ich hab's wieder sauber gemacht sorry ich dachte ich kann damit auch irgendwas machen ich hab's versucht aber es klappt nicht ich hab'n schönen platz gefunden meine füße auszuruhen ich hab'n schönen platz gefunden meine füße auszuruhen hey das machst du wieder weiter total sinnvoll wir gehen ins Bett oder alles klar komm statt sich spazieren weiter trauen wir uns nicht okay dann geht's wieder weiter also dann gehen wir zum truck würde ich auch mal so sehen man die tun mir voll leid die kommen da ja ewig nicht raus ach du wolltest die überfallen jetzt tun sie dir plötzlich leid ich war dafür die Pferde freizulassen hallo ich hab einfach nur die Überlegung angestellt was mehr Action bedeutet wir könnten ein Feuer wenn wir einiges von diesem Holz in die das sollte genug sein aber das ist auch was du hast in deinem Haus gefangen genommen alles mögliche noch wir schieben das Geschirr ab den Kriminellen tun sich denen tut es so leid dass sie den Abwasch machen am besten noch bügeln und so so jetzt probiere ich das Klavier mal versuch's mal ich kann leider nicht aufhören das Ding zu kurbeln ah jetzt das Kramophon das ist schwierig ne ich wasche mich wenigstens ich mache was vernünftiges ich habe keine Ahnung oh jetzt hast du 39 40 42 43 44 wow es geht jetzt plötzlich ab da kamen jetzt ganz viele warte mal ähm nein jetzt habe ich die Kuh getrinkt lass mal gut sein so ich habe dich geschlagen in kürzerer Zeit ja ja ah ist ja nicht wahr hallo du hast vergessen wir sind nicht bei Busch versus Busch wir sind hier Busch und Busch komm ich brauche dich zum Türauf machen ich will nur das Ding mitnehmen komm schon das ist nur Dekoration lass liegen ja ich komme ja gleich der bewegt sich so langsam hast du noch gebügelt oder so hey Vincent komm hier ich brauche etwas Hilfe ja ja ich habe noch gebügelt und ich habe auch den Boden noch gewicht und die kaputte Glühbirne getauscht ähm wo muss ich hin wo läufst du denn hin das ist doch direkt neben dem Haus nein andere Seite vom Haus nee das sind die äh andere Seite vom Haus ja ja warum gehst du nicht da hoch am Haus vorbei ach Gott du rennst dann los und rum ach so die andere Seite meinst du hinten am Haus ja dann komm halt da lang ja oben quer wäre halt auch schnell gewesen aber macht ja nichts wenn es schnell geht macht nichts yay er kommt allein hättest du es nie aufgekriegt ey da unten den Trecker der ist auch cool piece of junk it's not that bad what do you mean it's not that bad it's not that bad hey it's even missing wheel oh missing wheel is best yeah it's not like we have a choice Sherby's running on foot let's fix it up and we'll be out of here in no time I know thing that but I know that's not enough that's not enough that's not it Untertitelung des ZDF, 2020